Im Kanton Zürich kommen rund 100.000 Menschen nicht ohne fremde Hilfe aus. Die Gründe dafür reichen von Arbeitslosigkeit über Krankheit bis zum Tod eines Familienmitgliedes. Caritas Zürich hilft Armutsbetroffenen im Kanton Zürich ganz direkt. Insbesondere unterstützen wir Familien unabhängig von ihrer Nationalität oder Weltanschauung. Unser Beratungsteam steht Menschen mit vorwiegend finanziellen Problemen im Rahmen der Sozial- und Schuldenberatung mit Rat und Tat zur Seite. Das grösste Armutsrisiko tragen in der Schweiz Alleinerziehende und Familien mit vielen Kindern. In unseren Second-Hand-Läden verkaufen wir gepflegte Kleider für jeden Stil. Der Erlös fließt in unsere sozialen Projekte. Caritas Zürich fördert die soziale Integration mit zahlreichen Programmen. Eines davon heisst Urrat und bietet Migrantinnen Deutschkurse und Arbeitsmöglichkeiten an. Die Arbeit in der Flüchtstube gibt mir die Möglichkeiten, meine Deutsch- und meine Nächste zu brauchen. Und auch die Möglichkeiten, die Leute in Kroatien kennenzulernen. Caritas Zürich – Wir helfen Menschen.